Hallo Gäste des Kanals Staircase Forever 101. Mein Name ist Tobias, ich bin 32 Jahre und komme aus Berlin. Ich betreibe diesen Kanal hier, in dem ihr sehr viele Sachen findet, finden werdet, finden werdet wahrscheinlich. Ich bin leidenschaftlicher Sammler von drei großen Themenbereichen. Das sind Filme, Games und Resident Evil. Das sind die großen Sachen, die mich interessieren. Einfach, ich habe eine große Filmesammlung von über 1680 Filmen. Darunter sogar noch die Anfänge bei mir mit der VHS. Fängt es sogar an, bis hin zu den Blu-rays. Keine 4K Blu-rays, weil ich habe keinen 4K Player, deswegen kann ich ja schon mal sagen hier. Ich habe viele Special Editions, wie z.B. hier in diesem schönen Topf von Amazing Spider-Man. Finde ich schon mal richtig klasse gemacht, wenn ihr auch hier im Leuchten dunkelt. Leuchtet im Dunkeln, so wollte ich sagen. Ja, bei mir werdet ihr auch viele Versprecher euch merken, denn ich sage das alles frei per Schnauze. Ja, dann, was ich noch in meiner Sammlung habe, das sind viele Autogramme, die ich fand prämieren, denn ich bin leidenschaftlich. Ich gehe gerne auch prämieren hier in Berlin. Berlin ist sozusagen Hollywood von Deutschland einfach, denn viele Stars kommen hierher und bestellen ihre Filme vor. Ich bin dabei und habe dann z.B. schon mal die Unterschrift von Paul Anderson oder von Quentin Tarantino bekommen. Auch noch von vielen weiteren Stars, allerdings auch von Stars, wo ich keine Unterschriften habe, habe ich auch schon gesehen. Unter anderem Bruce Willis und noch so vielen. Also die letzte ist wirklich sehr, sehr lang. Zuletzt habe ich mit Diesel gesehen, zur Europa-Premiere von Fast and the Furious. So, dann war ich natürlich auch auf der Comic-Con, da habe ich dann Robert England getroffen. Auch hier habe ich eine Unterschrift wieder. Ja, wie ihr schon seht, ich bin sehr, sehr leidenschaftlicher Horrorsammler. Ja, meine Sammlung besteht hauptsächlich auf Horror, denn ich bin großer Horror-Ferste. Die meisten Sachen in meiner Sammlung sind Horrorsachen. Und die andere Sache, wovon ich auch sehr, sehr großer Sammler bin, sind natürlich die Games. Also ich stelle auch Spiele vor, einfach darunter auch noch andere Sachen, außer jetzt Horror natürlich. Ich gucke jetzt nicht mehr Horror, gucke auch mal andere wie Komödien, Dokus, Dokumentation und so weiter und so fort. Ich will nicht mehr so lange labern, ich will euch nur noch mal zeigen. Ich habe hier zum Beispiel aus dem Bereich, mein Lieblingskiller aus dem Horror-Genre, Jason Voorhees. Einfach. Und natürlich, aus dem Spielen natürlich Bereich, ist es mein Lieblingsspiel a la, man sieht es schon hier oben an, Umbrella Resident Evil. Natürlich, hier habe ich jetzt auch noch mal den ersten Teil und natürlich dann auch noch mal den zweiten Teil herausgekramt. Das sind so viele Sachen, die man hier auf meinem Kanal entdecken kann. Auch sehr viele Streams, wofür ich sehr bekannt bin, dass die nicht mal nur zwei Stunden gehen, sondern auch mal locker über drei Stunden. Ja, das war einfach mal eine ganz kurze Einführung in meinen Kanal JKs4101. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Durchgucken meines Kanals. Klickt euch durch die Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei dem einen oder anderen Video mal einen Kommentar hinterlasst. Oder auch mal ein Like da lasst. Oder wenn euch dieser Kanal sehr gut gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen auf ein Abo. Ich sage dann auf jeden Fall mal dann, bis dann, euer Tobias, aka JKs4101.